Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil meiner Unboxing-Serie mit dem absoluten Herzstück des PCs, nämlich dem RAM, dem Arbeitsspeicher. In meinem Fall 64 GB G-Skill, Ripjaw, 3600 MHz RAM. Ich dachte, ich brauche ein Messer, ich brauche aber gar kein Messer, weil... Oh, guck mal, das ist doch eine gute Verpackung. Guck mal, klack, klack, auf. Das sind doch mal RAM-Riegel, Alter. Oh, der Kühler da drauf ist auch so riesig. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich das Ding zusammen... Dass ich das Ding zusammen... Sind mich jetzt verarschen, komm raus. Eine Sekunde. Der Kühler ist ja mal anders massiv. Ich meine, guck dir diesen... Daraus wurde ein früherer Panzer gebaut, sag ich dir. Das wurde wieder verwertet. Kann sein, ja. Kann sein, das kann nicht nur sein, das ist so. Genau, 64 GB, vier wunderschöne RAM-Riegel. Ich presse den ja jetzt nicht wieder rein, ne. Ansonsten nur noch ein Zettel, wo im Grunde einfach draufsteht, was das für ein RAM ist. Und ein Sticker mit G-Skill und das war's. Über wie viel sind wir jetzt? 1 Minute 30, das wird das kürzeste Unboxing. Aber ich kann noch ein bisschen über den RAM reden. Das ist, ja, was soll man da groß reden? Das ist halt G-Skill, 64 GB, 3600 MHz RAM. Warum sollte man höher gehen? Ich hätte mich auch für 3200 MHz entscheiden können, aber 3600 MHz, der preisliche Unterschied war jetzt nicht so groß. 64 GB statt 128, weil irgendwo war ich bankrott. Und, ja, nochmal, wir können Close-Ups jetzt einfach reinschneiden für eine Dreiviertelstunde. Dass wir wenigstens über zwei Minuten kommen. Okay, das machen wir nachher einfach nochmal. Genau, dann bedanke ich mich für das Video in den nächsten Tagen, Wochen, keine Ahnung, weil ich dieses Video da rausbringe. Komm, kommt dann das Ganze so zusammenbauen, wie nennt man das? Das Building-Video? Das, da kommt dann der Bild, wie ich die ganzen Teile zusammenassemble, zusammenbaue, wie ich das System zusammenstelle. Und dann bedanke ich mich für's Zusehen. Wenn ihr noch weitere Technik-Videos zu verschiedenen Sachen sehen wollt, dann guckt auf dem Kanal vorbei, hier gibt's verschiedene Sachen, die ganz toll sind. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.